Cola kochen, Kartoffeln schälen, Zwiebel würfeln, Kartoffeln wie Pommes schneiden, waschen. Für diese Maschine brauche ich nur eine Hand. Boah, hab nur deine Hüsse. Die Technik. Apfel, Würfel, Anbraten ohne Fett, Butter, Zwiebel hinzufügen, etwas Essig, 5 Minuten kochen lassen, ein Esslöffel Paprikapulver, ein Esslöffel Curry, die Cola dazugeben, alles in den Mixer plus die Tomaten mixen, Wurst schneiden und anbraten, Soße dazugeben, Pommes salzen, ordentlich Curry drauf. Fertig, listo. Willst du diese Soße? Schreib mir privat. Guten Appetit.